moin willkommen zum zweiten teil des ich war bei future palace auf dem konzert und ich habe mir natürlich mich beim merchandise kaufen nicht lumpen lassen um mir das neue album auf cd zu besorgen und gleichzeitig auch unterschreiben zu lassen genau das vinyl unboxing hatten wir hier auf dem kanal schon, also die vinyl box und jetzt gucken wir uns mal die cd an das ganze kommt normalerweise nicht unterschrieben das habe ich mir vorhin unterschreiben lassen bei dem bei der vip session das hatte ich im letzten video das hier so in der chronologie hochladen ich hoffe mal hier immer diese nitte hier mal hier die tracklist ich habe jetzt alle album unterschrieben bis auf run run ist nicht unterschrieben so klappen wir hier mal auf gucken mal hinein band foto eine kurze quote so und hier müsste jetzt die cd drin sein right da ist auch schon ja ganz normale stück normale cd aber ist cool ich mag das ich bin immer noch tatsächlich aber ziemlich entfernt von diesem von diesem von diesem hier diesem bunten artwork so dann gucken wir mal hier rein das gab es doch nicht bin ich irre das gesicht diesen diesen kopf den gab es doch bei der box als dicker oder nicht coole sache so hier drin haben wir lyrics und ein paar bilder die lyrics sind ein bisschen klein für mich zumindest ja guck mal hier sind jetzt mehrere lyrics auf einem einem äh dingen hier auf einem auf einer seite meine güte reden ist heute auch nicht meine stärke ich mag das richtig gerne das neue album also ich bin da definitiv fan von full of devils rains und amethyst sind da definitiv meine favorites die ich sie picken müsste aber der rest ist auch ziemlich ziemlich stark da er fuhren und devils rains die devils rains englische aussprache wieder top am start und amethyst die jüngste mit den credits genau ganz kurze geschichte nur ich verlinke euch die band playlist alles in die überschreibung und das album auch guckt da gerne rein, hört da rein, gönnt euch bis nächstes mal haut rein guckt da rein